Moin sind mal Gäste Margarin Ich hab da mal was vorbereitet Ich war mal mit der bayerischen Familiencoach unterwegs und hab mal ein paar Pampers versucht zu holen in Japan Suzuka So jetzt aber mal kurz Spaß beiseite Ich war mit dem BMW unterwegs mit dem Pampersbomber und ich hab für Suzuka jetzt mal eine Runde rausgefahren und würde gerne mit euch gemeinsam diese Runde durchgehen wir quatschen ein bisschen darüber damit ihr da draußen vielleicht ein bisschen schneller werdet aber erstmal wie immer die Runde nackig ins Gesicht so 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 dessus Also für mich ist mein Indiz hier vorne, die, fliegen wir mal schnell los, diese Seitentasche oder diese Einbuchtung. Jetzt beim Qualifying habe ich mich persönlich daran orientiert, dahinter zu bremsen. Werde ich natürlich nicht gemacht haben, aber für mich ist es jetzt eine Orientierung gewesen in dem Moment. Ich möchte hier ungefähr bremsen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen später gewesen sein. Fangen wir mal langsam drauf zu und gucken uns das mal an. Was wir da an der Stelle dann machen ist, ja doch so, wir sind relativ am Anfang bzw. mittig. Was wir hier jetzt dann machen, wir wollen unser Auto hier anstellen. Für mich ist immer ein wichtiger Hinweis, gerade beim Bremsen, wenn du voll bremst, kannst du nicht voll lenken, weil ansonsten geht dir das Auto flöten. Das heißt, wir wollen jetzt hier, um in diese Kurve reinzufahren, die Bremsung so hart und so kurz wie möglich halten, damit wir in die Gänge runterkommen. Ich persönlich muss sagen, man könnte eventuell auch im fünften Gang fahren im BMW, aber ich bin leider immer zu häufig an den Begrenzer rangekommen und mich störte das Geräusch. Deswegen bin ich im sechsten. Im fünften wäre es einfacher. Ich denke mal, da wird man auch noch ein bisschen Zeit finden dann nachher, weil das Doppelschalten doch sehr unschön war. Also fängt man jetzt hier vorne in der Tasche an, das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Der BMW hat schon relativ starke Bremsen, das heißt, man kann schon immer relativ spät auf die Bremse gehen. Mit McLaren beispielsweise und mit dem Ferrari geht das auch einigermaßen, wie das jetzt mit anderen Autos aussieht, müsste ich mal austesten. Mit dem Essen müsste man, glaube ich, ein bisschen früher bremsen, aber geht auch. So, also, wir bremsen jetzt hier volles Brikett an. Ihr seht ja, wir sind jetzt hier im fünften Gang unterwegs, volles Brikett auf der Bremse. Bei mir ist schon, ich fahre die Kurve sehr, sehr steil an, also jetzt schön geradeaus runter und dann versuche ich mich nach außen treiben zu lassen. Das merkst du, wenn du fährst, in deinem Lenkrad beispielsweise sehr gut. Du müsstest halt, wenn du lenkst, musst du ganz, ganz viel Zug drauf haben. Also, hier darf nichts Lose sein, das Auto muss dich richtig schön nach außen schieben, damit wir uns hier drüben positionieren. Mache ich persönlich auch relativ häufig falsch, aber das Ziel ist es, hier drüben zu landen. Und dann gehen wir wieder rein. Wir schieben uns, lassen uns noch rüberschieben. Ich fange hier jetzt an der Stelle, ich mache mir die Kurve selber sehr, sehr eng an der Stelle, also hier liegt auch Zeit. Wir könnten schön außen ausholen und noch mehr Schwung nehmen. Ich fange dann immer noch mal an, ein bisschen zärtlicher zu bremsen, um dann runter zu kommen in den dritten. Und versuche dann auch in den zweiten zu kommen. Lasse noch mal ein bisschen die Bremse nachwirken, dass das Auto sich durch die Schaltung und die hohen Drehzahlen mit der Bremse noch mal reinzieht in die nächste Kurve. Und dann lasse ich das einfach hier reinlaufen, das Fahrzeug. Dadurch, dass wir jetzt nicht so weit nach außen gekommen sind, haben wir uns sehr, sehr unglücklich positioniert. Also, ne, für die Zukunft, wenn ihr fahrt, bringt euch das gleich gut bei, dass ihr schön weit außen fahrt, dass ihr ordentlich einen richtig schönen Bogen hier in die Kurve reinfahren könnt. Und dann orientiert man sich hier so ganz gemütlich vorne dran an den Curb und dann kann man hier wieder rausbeschleunigen. Wenn man sich das jetzt mal schnell anguckt, ist das, also die Kurve ist schon ein bisschen tricky, kann man dazu sagen. Also, die hat schon ordentlich Zug und da muss man relativ viel in weniger Zeit machen, aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Also, wir fahren jetzt hier drauf zu, schön stramm anbremsen, reinlaufen lassen, noch mal schnell bremsen in den zweiten und dann rumziehen. Also, dadurch, dass wir, wie gesagt, nicht so weit außen gefahren sind, haben wir jetzt natürlich wieder nicht so einen guten Winkel. Da bleibt halt Zeit liegen und das geht jetzt hier auf Flöten. Aber, wie gesagt, reinbremsen, ordentlich stramm, die Gänge runter bis den vierten rein, also, ne, die Kurve reinlaufen lassen, kurz mal die Bremse schleifen lassen, so ein bisschen. Noch mal zwei Gänge runter und sich hier reinlaufen lassen. Wird wahrscheinlich auch im dritten gehen im BMW, aber ich mag das nicht, wenn der so ruhig ist, der Motor, deswegen fahre ich das so an der Stelle. Und dann kann man hier unten schön rausbeschleunigen. Hier in der Kurve habe ich festgestellt, ich habe zwischendurch, weil ich an den Begrenzer gekommen bin, immer in den vierten geschaltet und bin dann in die Kurve gefahren. Aber ich fand das Auto dann etwas zu träge, weswegen ich das an dieser Stelle hier im dritten gemacht habe. Ich finde auch alle anderen Autos, die ich bis jetzt hier gefahren bin, sowohl Honda als auch Ferrari als auch Mercedes oder Mercedes als auch McLaren, fahren sich hier in diesem Kurvensegment, was jetzt kommt, was ein bisschen tricky ist, am besten. So, hier vorne sieht man, wenn wir jetzt nochmal ein ganz kleines Stückchen zurück, das habe ich wieder sehr gut hingekriegt, Moment, wenn wir jetzt hier vorne wieder hingehen, an diese Stelle, sehen wir hier im Optimum wieder diese Verfärbung. Und das ist ja, das habe ich ja euch in den anderen Trackguides auch immer schon mal gesagt, hier vorne ist so eine Verfärbung, die sollte für euch so ein visueller Cue-Punkt sein, so ein visueller Cue-Punkt sein, wo ihr sagt, ja, ich glaube, da kann ich so langsam vom Gas runtergehen. Weil hier ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr vom Gas runtergeht, dass das Auto in die Kurve reinfallen kann, damit ihr das hier alles vorbereiten könnt. Und ihr wisst, äh, am besten ist es, also du kriegst es am besten mit, wenn es am besten funktioniert hat, wenn du hier vorne nochmal kurz beschleunigen kannst, da drauf, dann bist du optimal da reingekommen, ohne Bremsen. Ich sage jetzt extra ohne Bremsen, ich bremse aber auch. Ich, ich bremse auch, weil mir sehr häufig auffällt, dass der BMW, äh, so unglaublich schön verzeihlich ist auf der Bremse und man kann so richtig schön so ein bisschen umspielen und rumtippern und dann bewegt er sich noch so ein bisschen. Also, alle anderen Autos könne man schon ohne fahren, vielleicht auch mit, ich sage extra bedacht, ohne Bremsen ist auch okay, wenn man früh genug runtergeht. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen langsamer machen, dann fahren wir jetzt hier ein bisschen begrenzter rein und dann sieht man auch an dem Punkt, äh, nochmal zurückgehen ein Stückchen, äh, wenn wir da jetzt drauf zufahren, das in langsam gucken, haben wir jetzt hier unseren visuellen Q-Punkt, so, da fahren wir hin, zack, runter vom Gas und dann merkt man auch richtig so, also du merkst im Lenkrad, wie das Auto so richtig ausatmet und sagt, oh, ja, rein in die Kurve und wenn du dieses Gefühl hast und du siehst, du hast einen guten Winkel gefunden, reproduzieren das Ganze. Also, das ist immer plus minus ein paar Zentimeter zu dieser, äh, gefärbten Linie und dann einfach rein und du merkst auch so, wie das Auto dir sagt, oh, ja, Daddy, let's go! Okay, Spaß beiseite, ab in die nächste Kurve, ihr seht ja, ich gebe noch ein bisschen Gas, damit man das so ein bisschen stabilisiert, das Auto. Ich fahre die immer sehr, sehr eng, über das Gras. Es kann manchmal Schwierigkeiten geben, würde ich nicht jedem empfehlen, wenn ihr das nachher, äh, einigermaßen gemastert habt, ist das definitiv fein und auch in Ordnung und dann geben wir hier oben jetzt nochmal, äh, ein bisschen Gas und jetzt kommt hier wieder so eine Stelle, hier ist wieder so eine kleine, kleine Färbung und das ist für euch wieder so ein visueller Punkt, wo ihr sagt, okay, da, daran muss ich mich orientieren, dass ich hier hoch fahre. Ihr seht jetzt, ich fange auch gerade an zu bremsen, damit ich wieder das Gewicht auf die Vorderachse kriege, damit das Auto sagt, oh, Daddy, mhm, rein in die Kurve, ich habe heute Daddy King, äh, ich habe heute Daddy King. Und dann fahren wir hier schön rechts in die Kurve, schön eng, also ich nehme mit fast allen Autos das mit. Hier könnt ihr auch das Bremsen sehen, was ich gerade meinte. Wir ziehen uns jetzt richtig schön in die Kurve rein, geben nochmal Gas und beschleunigen dann raus. Und hier ist so, die nächste Kurve ist ein bisschen, also man kann sich abschießen und ich sehe auch sehr viele Menschen sich hier abschießen und auch ich selber habe mich hier schon abgeschossen, weil hier nämlich Folgendes passiert, ihr fahrt jetzt die Kurve hoch und ihr habt richtig viel Zug nach links. Also das Auto, das schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Wenn das der Fall ist, dann hätte ich die Kurve nicht richtig gefahren. Normalerweise solltest du jetzt hier schön entspannt rauskommen können und das Auto wieder hier hin positionieren können. Ganz entspannt. Wenn das Auto schiebt, dann war es nicht richtig. Also ist das für euch auch an der Stelle eventuell so ein Punkt im Kopf, wo wenn das Auto richtig im Lenkrad hier sagt, oh, Schiekram, ich will und will und will, weil du musst das Auto jetzt, also ihr müsst das jetzt so verstehen, du schiebst das Auto nach da und gleich schiebt es dich aber nach da und je schneller du das wechselst, desto unangenehmer wird es. Man kann das mit Bremsen, also kurz mal die Bremse tippen, kann man das ein bisschen ausgleichen, damit das Auto sich kurz mal wieder fängt und sagt, okay, hier ist Punkt Null, hier ist alles erstmal wieder legitim und in Ordnung, aber wenn das hier zu viel wird, schmeißt ihr das Auto spätestens hier hinten weg, weil es euch wegrutscht dann. Also schön, Piano und beim BMW ist super wichtig, gerade was das Positionieren angeht, weil ich das Gefühl habe, dass mit diesem Setup das Auto nicht so schön rotiert, was für mich aber ganz angenehm ist, weil der relativ stramm auf der Straße liegt, schön früh die Kurven vorbereiten. Das ist ganz, ganz wichtig mit dem BMW. Alle anderen Autos, BMW sag ich schon, Ferrari, Mercedes und auch Honda, die sind alle so ein bisschen, die vergeben dir das ein bisschen, da kannst du auch mal ein bisschen später rein. Beim BMW muss man viel vordenken, habe ich festgestellt, weil meine Zeiten haben sehr lange gebraucht, bis sie so waren wie hier. Mit anderen Autos fällt mir das leichter. Also, fangen wir mal raus. Ihr seht, das Auto schiebt so ein bisschen schon rüber, aber ich positiere mich relativ mittig und hier ist wieder für mich so ein visueller Punkt, da wechselt das. Also, die visuellen Punkte brauche ich jetzt nicht mehr so häufig, weil vieles passiert ja auch irgendwann automatisch, wenn man fährt. Aber hier ist so ein Punkt für euch und auch Anfang vom Curb, dass ihr das Auto jetzt wieder so positioniert, dass ihr von außen da schön reinfahren könnt. Mache ich übrigens auch super häufig falsch, möchte ich gar nicht mal dazu sagen, aber wir sind ja hier in der Theorie-Stunde, nicht wahr? So, also positionieren wir uns rechts außen, jetzt gehen wir gleich schön vom Gas runter. Wir fahren jetzt schön rein, schieben das Auto hoch, bremsen nochmal ganz müh an, das ist das, was ich vorhin sagte. Also Frontmotoren sind ja sehr verzeihlich auf der Bremse oder mit denen kann man sehr viel und schön mit der Bremse spielen und kurz mal tippen und dann rotiert er so ganz geschmeidig in die Kurve rein. So, wir fahren jetzt hier hoch, ist auch nicht Optimum. Also ich sag mal, wir hätten auch hier schön rauskommen können. Also, das meinte ich eben gerade auch, als ich das vorher sagte, schön früh im Kopf schon alles vorbereiten, weil wir hätten hier auch locker noch Zeit rauskriegen können, wenn wir hier so ein bisschen rausgekommen wären. Aber wir kommen jetzt relativ weit an der Stelle. Man sieht auch, das Auto schiebt noch so ein Stückchen weiter rüber und wir bereiten jetzt dann gleich die nächste Kurve vor. Hätte man angenehmer lösen können, haut aber trotzdem noch hin. Hier oben seht ihr auch wieder an der Stelle so eine kleine Verfärbung, wenn wir da jetzt mal den Flattermann hinmachen. Sieht man das ja hier, also hier fängt es an ein bisschen dunkler zu sein, hier ist schon wieder sehr, sehr dunkel. Also kann man sich merken, so ab dem roten Anfang, so sollte man das Auto langsam für die Kurve vorbereiten. Das heißt, wir fahren jetzt hier schön hoch und was wir jetzt sehen werden, ist höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, die Bremse. Weil irgendwie, warum auch immer, mit allen anderen Autos fahre ich das Ding im zweiten Gang, mit dem BMW fühlt es sich im dritten Gang angenehmer an. Warum auch immer, so ein bisschen mit der Bremse spielen, dass er rumkommt und dann mit niedriger Drehzahl rausbeschleunigen. Was dahinter steckt, warum das so ist, habe ich leider noch nicht rausgefunden. Wie gesagt, mit allen anderen Autos fahre ich das Ding in Gang 2, weil ich das dann angenehmer finde, rumzukommen. Aber hier an der Stelle, wir fahren jetzt hier schön hin, dann sieht man mal ganz kurz eine Anbremsung vom Gas gehen und dann rolle ich hier richtig schön in die Kurve rein, lasse den kommen, bereite immer noch ein bisschen mehr vor, lasse nochmal ganz leicht die Bremse schleifen, dass er schön rumrotiert und rotiert und rotiert und rumgeht und noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, bis wir dann nachher zu dem Punkt kommen, der visuell fürs Rausbeschleunigen wichtig ist. Wenn das hier vorne ein bisschen heller wird, da sollten wir so langsam wieder auf den Pinsel gehen. Bei mir sieht man schon, ich gehe sogar noch früher aufs Gas, weil ich durch die Bremse das Auto so doll verlangsamt habe, dass die Drehzahlen sehr, sehr niedrig sind und schon relativ früh wieder ans Gas gehen kann. Normalerweise mit den anderen Autos sieht das hier ein bisschen anders aus, da fängt dann hier vorne für mich das Gas geben an. So, aber wir geben jetzt hier schön Gas und die nächste Kurve, auf die wir uns dann wieder vorbereiten wollen, weil das ist ja eine ganze Kombination, wir wollen uns immer, wenn wir aus einer rauskommen, für die nächste schon wieder vorbereiten. Das heißt, wenn wir jetzt mal nach hier hinten gucken, da wo der kleine Mauszeiger ist, seht ihr hier vorne wieder so eine Verfärbung. Diese Verfärbung funktioniert mit ganz, 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 ganz vielen anderen Autos, aber irgendwie mit dem BMW nicht. Und ich fange schon super, super früh an, mich darauf vorzubereiten, wenn ich aus dieser Kurve rauskomme, dass ich so weit wie es nur geht, hier rechts an die Seite komme, damit ich das Ding richtig schön nach oben katapultieren kann. Also, fahren wir jetzt hier runter, lenken das Auto schön rüber und versuchen, wie gesagt, uns so weit wie es geht, ohne dass das Auto großartig rutscht und schiebt und macht, nach dort hinzustellen. So, und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, was ich vorhin auch meinte, und hier fällt mir das am meisten auf, bei den anderen Autos, mit denen ich normalerweise fahre oder vorher gefahren bin, kann ich bis hier vorne, gefühlt, sag ich extra, gefühlt bis hier vorne Gas geben und dann ganz kurz runtergehen und sofort wieder auf den Pinsel. Der BMW mag das nicht so gerne. Also, wir gehen hier vorne, für mich schon, hier ist wieder so der visuelle Punkt, wo ich sage, naja, hier muss ich kurz vom Gas gehen, damit ich in die Kurve reinkomme. Und jetzt gehen wir hier vom Gas runter, das ist sogar relativ lang, überraschenderweise, mit den anderen Autos fühlt sich das länger an, und dann gehe ich ganz, ganz kurz runter. Und das ist eine absolute BMW-Krankheit bei mir. Ähm, ich mach das mit dem Bentley, ja, mit dem Bentley mach ich das auch, sehr viel mit der Bremse arbeiten. Ich weiß gar nicht, warum. Also, immer wenn ich fahre, um euch das mal zu erklären, fühlt sich das so an, als wenn ich nur so ganz kurz mal die streichel. Also, ich hab nicht das Gefühl, dass ich bremse, aber irgendwie tue ich es doch, damit sich das Auto irgendwie so ein bisschen bewegt. Und ich mag das relativ gerne, wenn ich das im Replay sehe, weil ich ja persönlich ein relativ bremsfauler Mensch bin, und das zeigt mir aber, dass mein Körper nicht bremsfaul ist, sondern er möchte gerne was machen. So, an der Stelle, wir tippen hier ganz kurz auf die Bremse, also nur zum Verständnis, damit wieder das Gewicht ein bisschen nach vorne geht, und er besser in die Kurve rein rotiert. Und wir gehen jetzt hier nur ganz, ganz kurz runter vom Gas, lassen das reinziehen, das Auto, ne, dass er kommt, dass du wirklich ein Gefühl hast, okay, du bist dran, und das Gefühl entwickelt man auch. Also, diese, alle Kurven, oder diese ganzen Kurvenkombinationen, müsst ihr relativ häufig fahren, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Das ist nicht so, so simpel, diese ganzen Assets zu fahren, weil das hängt wirklich, es hängt alles mit der ersten Kurve zusammen, und für den Exit in der letzten. Was bedeutet, dass du üben musst, wie du das Auto anstellst, ne, weil ihr müsst ja jetzt nicht alle BMW fahren, und vielleicht fahrt ihr auch was anderes. Ihr müsst also sozusagen es schaffen, dass euer Körper sagt, wie ich vorne schon mal in der Kurve erklärt habe, dass das Auto dir sagt, jo, die Kurve ist in Ordnung, ich will hinten nicht schieben. Und dann kommt dir auch nicht das Heck, oder sonstiges, dergleichen, sondern du fährst da ganz geschmeidig durch, und das Auto sagt dir so, ja, das ist gut, das ist geil, fühlt sich gut an, und dann kommst du nämlich hier hinten jetzt dann, beispielsweise an, und hier musst du für dich selber ein Gefühl entwickeln, wann du aufs Gas gehen kannst, und wann nicht. Gibst du zu viel Gas, kommt dir der Arsch, und du fliegst weg. Gibst du zu früh Gas, fährst du zu weit raus. Und du wirst ein Gefühl dafür entwickeln, wenn du, weil hier, es gibt leider auf dem, wenn wir kurz zurückspielen, es gibt leider keine Punkte, die man hier festmachen kann. in den ganzen Assets, also ich zumindest habe keine, in den ganzen Assets gibt es keine Punkte, wo man sagen kann, ab hier kannst du wieder Gas geben. Gibt es leider nicht. Also, Assets sind für mich persönlich sehr viel Gefühlssache. Man könnte jetzt sagen, okay, dieser Punkt hier an der Seite, oder hier an der Seite, ist so ein, oh, 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 die sehe ich ja das erste Mal. Das könnten eventuell Punkte sein, die du siehst, wo du wieder Gas geben kannst. Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Oh. Oh. Ich habe selber in meinem eigenen Guide, während ich einen Guide aufnehme, habe ich was gelernt. Ich habe was gelernt. Weil hier an der Stelle geben wir ganz langsam wieder Gas und wir werden wahrscheinlich an diesem Punkt, ja, werden wir fast bei Vollgas sein. Ha! Ich habe selber in meinem eigenen Guide was gelernt. Ich gehe krachen. So, und hier an der Seite ist das auch. Okay, also haben wir beim Exit, haben wir vielleicht einen Punkt gefunden, wo man Gas geben kann. Jetzt brauche ich von euch, witzigerweise, falls ihr auch Suzuka trainiert und ihr andere Autos fahrt als den BMW, ob das vielleicht für euch auch der Q-Punkt ist. Also der, der Q-Punkt, um wieder Gas zu geben. Fahren wir voran. Also wir fahren dann hier oben raus, wir geben richtig schön Vollgas. Hier oben können wir, äh, richtig reindonnern in den Pinsel. Und, äh, hier muss man ein bisschen aufpassen, so weit wie möglich, aber nicht zu weit auf dem Rasen. Fährst du auf dem Rasen, tötest dich selber. Ähm, ich sag's euch, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt zu weit raus, lieber mal ganz kurz vom Gas gehen, dass das Auto zurück rotieren kann, weil auf dem Rasen wollte ich nicht kommen. absoluter Tod, da drüben ist, und tschüss. Fahren wir weiter. Wir kommen jetzt nun also auf die, äh, nächste Kurve, die ist auch relativ interessant. Äh, gibt's auch unterschiedliche, äh, Arten, die zu fahren. Für mich persönlich ist erstmal ein Q-Punkt, also, ne, mein visueller Punkt wieder, das 50er-Schild hier vorne, was da hängt. Ab da, oder da spätestens, sollte ich das Auto gucken, dass das da rüberkommt. und da soll ich auch spätestens gebremst haben. Nun gibt es folgende Möglichkeiten. Du kannst das Ding im vierten Gang fahren und du kannst das Ding im dritten Gang fahren. Ich persönlich finde, es sind manchen Autos im dritten Gang stabiler. Der BMW, weil das halt einfach ein Pampers-Bomber ist und gefühlt, äh, gefühlten, äh, Straßenkombi und du damit einfach auch überall und nirgends drüber fahren kannst, kannst du den im vierten fahren und das ist auch relativ schnell. Vorsicht aber, wenn ihr das Ding im vierten fahrt, danach wird's wild. Also danach wird's wirklich wild. In den anderen Autos finde ich es zu wild im vierten Gang, deswegen fahre ich sie dort im dritten Gang, aber mit dem BMW geht's. Das heißt also, wir fahren jetzt hier vorne wieder schön auf den Punkt drauf zu, volles Brikett. Das 50er-Schild ist, äh, wie gesagt, für mich so eine Anleitung, aber ein bisschen früher. Ein bisschen früher auf die Bremse drücken, als das 50er-Schild. Leider an der Stelle gibt es keinen anderen Punkt, den man nehmen kann. Da ist nix. Also auch hier an der Stelle müsst ihr viel mit Intuition arbeiten, ganz, ganz häufig fahren und bremsen und drauf los, bis ihr das immer und immer wieder reproduzieren könnt an der Stelle. Also, wir bremsen jetzt hier an, volles Brikett in den vierten und dann kann man hier mit dem BMW, ihr seht das ja schon, alles mitnehmen. Also, wir sind hier schon fast offroad unterwegs, äh, und das ist dann auch kein BMW mehr, sondern ein Jeep, aber der kann das mit anderen vorsichtig. Das geht, das endet sehr schnell da hinten, wenn man sich, äh, wenn man sich da ein bisschen, äh, zu sehr, äh, auf das Curb, äh, einlässt, sozusagen. Wir fahren jetzt hier also schön über das Curb rüber, ordentlich nach außen, wie man sieht, ich bin auch schon wieder auf dem Pinsel drauf, ähm, also ich versuche, die Kurve so zu nehmen, dass ich ab hier vorne, äh, schon wieder Gas geben kann und, äh, das hat auch in dem Fall jetzt, äh, ne, wir sind also hier wieder auf dem Gas, da müsst ihr, müsst ihr auch nicht ängstig sein, bringt euch das gleich von Anfang an bei, hier vorne wieder aufs Gas zu gehen und dann gib ihm. So, hier vorne, das ist auch wieder so ein bisschen tricky und das ist bei mir, sag ich mal, acht von zehnmal funktioniert's und zweimal funktioniert's nicht. Hier ist wieder eine dunkle Verfärbung. Wir machen mal schnell, äh, einen Flieger. Also hier sieht man ja wieder, ist die, ist die Verfärbung und da sollte für euch so visuell wieder der Punkt sein, ah, da muss ich bremsen. Es geht aber auch ein bisschen später, aber das musst du für dich rausfinden. Eine Sache muss ich gleich dazu sagen, hier an der Seite ist es wieder grün, äh, im Nürburgring-Video hab ich das ja schon mal erklärt, das ist ein bisschen rutschig. Das fühlt sich nicht so geil an beim Anbremsen. Muss man sich dran gewöhnen, weil das fühlt sich nicht so an wie ein normales Bremsen. Aber, ihr solltet so weit rausfahren, wie es nur geht. ohne den Cut zu kriegen. Vorsicht aber auch, nicht zu weit rausfahren. Hier gibt's gut und gerne mal Double Cuts. Weil nämlich beim, beim Exit da drüben fährt man dann vielleicht auch ein bisschen weit raus und da hat man dann schneller zwei Cuts drin, als man gucken kann. Also nicht zu weit fahren, ne, aber schon ein bisschen mitnehmen. So, das heißt, wir fahren jetzt da drauf zu. Dann sieht man ja wieder hier, äh, der visuelle Punkt, ne, also die Verfärbung, die ich euch gerade gezeigt habe. Hier, da fangen wir ja dann schon langsam an zu bremsen. Und dann wollen wir runter in den zweiten Gang. Schön ein bisschen, äh, reinbremsen hier, also reinschleifen, dass der Arsch rumkommt. Und dann kann man hier vorne auch wieder unten auf dem Apex schon wieder auf den Pinsel gehen. an der Stelle auch vorsichtig. Es ist verflucht rutschig und auch diese, äh, diese Kurvenkombination hat es wirklich in sich, weil das davor bis hierhin, ne, also wenn wir uns das jetzt mal normal angucken, das ist wirklich, äh, sind nur ein paar Sekunden, äh, die du da verbringst, ja. Also wenn wir jetzt, äh, das mal in normal bringen, anbremsen, rum, rauf aufs Gas, wieder Bremse, rum und raus beschleunigen. Also, Suzuka ist wirklich, mh, technisch eine relativ schwierige Strecke. Die geht aber, man muss die nur relativ häufig fahren. Was ich eben gerade sagte mit dem Doublecut, nicht zu weit rausgehen hier an der Seite und vorsichtig das Auto schiebt auf den Arsch. Also da kommen hinten rum, kommen richtig Rabatzky, kann man verlieren, also sieht man auch hier bei mir jetzt, der, ne, also ich bin schon sehr eng rumgefahren, Katze ist zu Besuch, äh, ich bin schon sehr eng rumgefahren und das wird auch darin resultieren, dass der Arsch noch weiter, noch weiter rum will, muss man an der Stelle dann, äh, versuchen einzufangen, sollte aber kein Problem sein, müsst ihr einfach ein bisschen gegenhalten und dann haut er schon hin. Dann könnt ihr hier einfach schön geradeaus zufahren und dann kommt für, für mich persönlich eine der schwierigsten Kurven, die ich nach über 2000 Stunden immer noch nicht vernünftig auf der Kette kriege und mit dem BMW hatte ich auch meine Schwierigkeiten heute. Ich möchte jetzt mal ganz kurz, äh, dazu sagen, ich habe hier etwas getan, was man normalerweise eigentlich nicht wirklich tut, also, das machen vielleicht, sagen wir mal, marginaler Anteil an Fahrern, ich habe meine TC geändert, an der Stelle, kurz vor der Kurve, zwei Stufen runter, ich habe heute sehr viel probiert, was da geht, bis das Auto, äh, bis das Auto anfängt zu rutschen, ich habe das hier jetzt mal in dem Fall mit 5 probiert, aber 5 fand ich persönlich ein bisschen zu rutschig, weil ich die Kurve einfach nicht vernünftig hinkriege, äh, habe es aber jetzt hier mittels eines Buttons auf meinem Lenkrad auf 5 gestellt, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen, zack, jetzt unten hat sich das hier umgestellt auf 5, nicht mehr auf 8 und dann fahren wir jetzt auf diese Kurve zu, die ist auch sehr tricky, am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist oder das Gefühl dafür hat, wir fahren jetzt hier eine sehr starke Rechtskurve und wollen danach gleich wieder links und es knallt hier auch sehr, sehr häufig in Rennen, weil Menschen Schwierigkeiten haben zu bremsen, weil in der Kurve bremsen ist, äh, nicht so geil, das endet oft, äh, dann da drüben, also hier muss man schon ein bisschen, ja, Timing finden, wenn ihr am Anfang Schwierigkeiten haben und habt dort anzubremsen, geht vorher kurz vom Gas runter und lasst euch dann hier reinlaufen. Ansonsten, wenn ihr losfahrt und ihr wollt einen regulären Bremspunkt nehmen, ist für mich immer ein Q-Punkt das Ende des Curbs. Da. Da ist für mich so der Punkt, wo ich sage, ich bremse, bremse natürlich ein bisschen früher, ähm, da gehe ich ganz stark von aus, ja, ist wieder eine Wagenlänge ungefähr, also bis es aus dem Auge verschwindet und dann bremse ich mich hier in diese, äh, Kurve rein. Ich versuche jetzt so weit wie es geht außen zu bleiben und Schwung zu holen. Wie gesagt, ich bin jetzt, äh, bei TC5 nicht auf 8, weil der auf 8 reguliert der, also in der Kurve, weil die wirklich sehr, sehr steil ist, reguliert die TC da wirklich sehr, sehr viel. Da muss man für sich so ein bisschen den Sweet Spot finden. So, dann bremsen wir uns jetzt hier schön rein, lassen das ein bisschen schleifen, äh, und lassen uns dann schön reinrollen in die Kurve. Ich habe für mich persönlich festgestellt, dass das letzte Stückchen in dieser Kurve, also so 10, 15 Grad, die man dann noch so rumfährt, das Auto rollen lassen, bringt irgendwie mehr Geschwindigkeit, als sich komplett, äh, rumzubremsen. Es gibt Fahrer, die machen das mit einem Curb, aber das habe ich heute nicht hinbekommen, dass sie sich mittels des Curbs so ein bisschen in die Kurve so reinziehen. Das müsst ihr für euch mal, dann ein bisschen rausfinden, was besser ist. Entweder reinrollen lassen oder mit dem Curb rumziehen oder wirklich auch gar, äh, komplett reinbremsen. So, bei mir sieht man jetzt, ich fahre jetzt hier rum und gebe schon sehr, sehr früh Gras, äh, Gas, nicht Gras, und mein Auto rutscht mir weg. Also TC5 hat dann nicht so gut funktionieren, ähm, war jetzt aber nur ein marginaler Unterschied, hat trotzdem zu einer guten Rundenzeit geführt. Wenn wir uns das jetzt, äh, das Ganze noch mal in, in normal ansehen, ähm, damit ihr das mal, äh, seht, wie das denn, äh, mit dem Rollen aussieht. Bremsen wir uns jetzt hier schön rein, lassen das reinrollen, das Auto, und geben dann Gas. Habt ihr gehört? Das Auto hat schon so ganz leicht gestroben über die Reifen, also der ist nicht optimal, äh, da rausgekommen aus der Kurve. Gut, fahren wir weiter in die nächste. Die nächste ist eigentlich eine sehr schöne Kurve, finde ich persönlich. Äh, die ist auch wieder mit sehr viel, mit sehr viel G-Kräften, könnte man sagen. Also man merkt schon, dass das Auto ein bisschen arbeitet. Ähm, man kann jetzt hier vorne schon sehen, da ist wieder so eine Einbuchtung. Wir fliegen da mal ganz kurz hin. Also hier ist so eine, äh, so eine Einbuchtung, ähm, die für euch einen Bremspunkt darstellt oder einen visuellen Bremspunkt. Für mich, mein visueller Punkt mit dem BMW war jetzt hier das Ende. Und dann möchte ich, äh, wenn ich auf die Kurve zufahre, möchte ich schnellstmöglich in den dritten Gang kommen. Also hier schön reinbremsen, ne, also sieht man ja, der Bremsvorgang ist schon vorbei, jetzt ist wirklich reinbremsen, bam, bam, runter im dritten und dann einfach hier ein bisschen laufen lassen und nochmal gleich ein bisschen mit der, mit der Bremse nacharbeiten, dass er sich rumzieht. Nochmal ein ganz kleines bisschen Zwischengas geben, dass man da vorne nicht verhungert. Und dann hier, oh Wunder, oh Wunder, Suzuka, die platte Flunder, hat mal wieder eine Überraschung. Es gibt keinen visuellen Punkt zum Bremsen. Ich hab heute mal versucht, das ohne Bremsen zu machen, also einfach nur runterzuschalten, aber dann liegt das Auto nicht schön in der Kurve mit allen anderen Autos und auch mit dem BMW ist das hier vorne für mich persönlich der visuelle Punkt, wo ich sage, ab da spätestens sollte ich einmal ganz kurz auf die Bremse tippen und in den zweiten Gang reingehen und mich dann in die Kurve fallen lassen. Es geht früher, es geht später, aber es gibt hier für mich persönlich keinen festen Punkt. Das wäre so der einzige als Anhaltspunkt dafür, findet man aber auch sehr, sehr schnell einen Rhythmus für. So, jetzt sieht man hier, ich bin nochmal kurz auf der Bremse, gehe dann in den zweiten, war sogar früher, habe hier nochmal nachkorrigiert, dass das Auto hier vernünftig reinfällt in diese Kurve und dann lasse ich den einfach ganz schön geschmeidig laufen, gebe nochmal ein bisschen Gas, damit er nicht verhungert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es passt nicht und dann fängt hier an der Seite fängt so diese schwarze Verfärbung an auf dem Körb. Und das ist für euch auch wieder so ein visueller Punkt zum Rausbeschleunigen. Also hier vorne solltet ihr spätestens auf dem Gas sein, wenn wir uns das jetzt von hier angucken. Wenn wir uns das jetzt von hier ansehen, dann sollte das da ungefähr, sollte da ungefähr sollte der Punkt sein, wo ihr wieder aufs Gas geht. hier finde ich das sehr, sehr angenehm, langsam und stetig Gas zu geben. Wenn du volles Briket aufs Gas drückst, rutscht dein Auto einfach weg. Also dir kommt das Heck und du wirst Zeit verlieren. Und das willst du nicht. Du möchtest hier schön raus und wenn du hinten am Ende bist und voll auf den Pinsel drauf gehst und richtig durchstempelst, sollte das Auto nicht rutschen. Das heißt also, du musst für dich jetzt, wenn du diese Kurve fährst, A, im Lenkrad spüren, dann habe ich Grip und B, langsam Gas geben. So, das heißt, wir fahren jetzt da schön drauf los und wir geben jetzt hier schon wieder fast Vollgas, aber ihr seht, ich zögere noch und dann so ganz langsam, A, jetzt und Abfahrt. Das war für mich persönlich mit dem BMW sehr, sehr schwer. Es fällt mir mit wirklich fast jedem anderen Auto, so fällt es mir leichter, diese Kurve zu fahren, als mit dem BMW, weil der ein bisschen träge ist und ich einfach für mich nicht gefunden habe, wie das am besten sich jetzt so hingroovt, das Ding, wie in den Assets, wo ich gesagt habe, man muss das ein bisschen früher vorbereiten, vom Gefühl her. Das habe ich hier nicht, in der Kurve wirklich noch nicht gefunden, also da ist auch noch so ein bisschen Zeit, die bei mir liegt. Aber nochmal für euch, wenn ihr jetzt vorne auf dem Curb seid, sollte das Ende des Curses hier, also hier sollte für euch so ein Punkt sein, wo ihr sagt, okay, ab da an fahre ich in die Kurve rein und dann fahren wir jetzt hier schön in die Kurve rein und dann gehen wir ganz langsam nochmal Zwischengas, damit das Auto sich positioniert, muss man nicht machen. Wenn ihr optimale Geschwindigkeit habt, müsst ihr das nicht machen, aber bei mir war es jetzt nachkollegieren. Und dann geht ihr hier so langsam mit der Verfärbung auf dem Curb, langsam aufs Gas, beschleunigt raus und der sollte nicht schieben und dann geht das schnurstracks, aalglatt geht das Ding ab wie Schmitz Katze und dann geht es ab auf die Gerade. Aber wie man auch hier gesehen hat, wir haben dann noch ein bisschen geschoben und dann fahre ich so ein bisschen nach außen. Jetzt kommt eine der schönsten Sachen, da möchte ich nochmal schöne Grüße rausschicken an Michel, den alten Lümmel, weil der hat mir damals nämlich gesagt, Pass auf Macher, du musst oben, am Ende der Kurve brauchst du die Geschwindigkeit 240. Und am Ende der 130R heißt die Kurve, sollte man mit 240 ankommen. Und das ist witzig. Das ist witzig, wenn ihr 240 haben wollt, mit dem Honda beispielsweise tötet man sich doch relativ schnell, wenn man es wirklich darauf anlegt in der 130R. Und die 130R ist bekannt dafür, dass es dort sehr viele Crashes gibt und auch den einen oder anderen Fight, weil hier kommt eine lange Gerade vorher. Ist aber auch irgendwie nicht so clever, weil die ist sehr schnell die Kurve, auch wenn sie eine angenehme Auslaufzone hat. Aber mit dem BMW, also wirklich ein Träumchen der Apparat. Also das ist die schönste Kurve mit dem BMW in ganzem Suche, weil du kannst da wirklich drauf zufahren, ruff und reinrotzen und raus. Aber erkläre ich euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Als visueller Punkt die 50. Für mich persönlich 50, ich sehe sie einlenken und rum. Mit dem Porsche kann man die sogar vollfahren. Mit dem McLaren geht das auch im fünften. Mit dem Müh bremsen. Ferrari geht auch mit ein bisschen lupfen im fünften. Mit dem Honda muss ich immer einen Gang runterschalten, damit der da rumkommt und ich mich nicht töte. Also Honda war wirklich ganz wild in 130R den da durchzukriegen. Aber mit dem BMW hier an der Stelle ist einfach schön geschmeidig für euer Lupfen. sieht man jetzt gleich. Zack, runter. Aber nicht viel. Also wirklich nur kurz mal reinlupfen. Bei mir wieder das obligatorische bremsen, damit der rotiert. Ich glaube, da verliere ich auch am meisten Zeit mit dem BMW jetzt, wo ich es sehe. Und dann könnt ihr hier unten zack, auch schon wieder rufen auf den Pinsel. Also es ist wirklich, es ist ein Bruchteil an Sekunden, Millisekunden, die ihr vom Gas seid. Geht auch noch weniger. Also man kann das auch mit Halbgas fahren, aber irgendwie hatte ich kein Gefühl mehr in der Beine heute, dass ich das mit Halbgas hingekriegt habe. Und dann könnt ihr hier oben schon wieder volles Briket raus. Also ziemlich simpel, wenn wir das jetzt mal in schnell ablaufen lassen. Runter vom Gas, rein, Feuer. Also es ist wirklich ein Bruchteil der Sekunde. So, und als Orientierungspunkt für euch, ob ihr die gut genommen habt oder nicht, hier an dieser Stelle solltet ihr 240 Klamotten drauf haben. Dann wartet schnell. 242 geht auch noch, 43 wird wahrscheinlich auch noch hinhauen, aber so als Richtwert, hier hinten solltet ihr mit 240 rauskommen, denn seid ihr zügig unterwegs. So. Nun kommen wir zu einer Kurve, die kann man in 10.000 verschiedenen Varianten fahren. Da wir ja offiziell den Pampers Bomber fahren mit der Offroad-Ausstattung, können wir natürlich alles mitnehmen, was da auf dem Weg liegt. Funktioniert aber nicht mit jedem Auto. Also, das, was wir jetzt hier mit dem BMW machen, kann man schon mit anderen Autos machen, aber das ist schon, da muss man ganz viel arbeiten und beten, dass man das einigermaßen auf die Kette kriegt. Für mich als visueller Punkt ist wieder hier vorne die 100, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde euch anlügen, wenn ich sagen würde, ich schaue auf die 100. Das Einzige, was ich mir angucke, ist das hier. Das da. Dieser olle Strich. Und da fange ich an zu bremsen. Und das ist relativ früh, aber ich bin hier schon so häufig abgeflogen, habe zu spät gebremst, bin irgendwie im Rhein gefahren, habe die Kurve nicht bekommen, bin bis nach Timbuktu geflogen, dass ich mir irgendwann angewöhnt habe, lieber ein bisschen früher zu bremsen. Ich merke das relativ häufig, weil mir sehr nah Menschen hier hinten dran, also sehr nah an mich ran bremsen und auch die Schwierigkeiten haben, das zu halten. Es geht ein Stückchen später, ich traue mich aber nicht. Vielleicht kommt das noch mit der Zeit, wenn ich wieder so ein bisschen Vertrauen dazu gefunden habe. Wie gesagt, ich bremse hier schon ein bisschen früher. Man könnte jetzt hier aber auch schon, also sagen wir jetzt mal wieder Hunderter Schild, eine Wagenlänge und dann anfangen zu bremsen. Also es gehen bestimmt noch ein, zwei Meter nach vorne. Locker. So, jetzt bremse ich mich hier rein in die Kurve und dann schöne Grüße gehen raus an Sebastian Richter von Unicorns of Love, weil der Gude hat mir nämlich gezeigt, dass man hier komplett rüberfahren kann, ohne dass man einen Cut kriegt. Also Mercedes, so alles Frontmotor, Mercedes, Bentley, BMW, die Dinger kannst du hier drüber yeeten, weil die haben nun mal einfach SUV-Ausstattung, gönn dir das Körb. Mit McLaren und dem Ferrari würde ich sagen, lieber nicht, dann wird das Auto wirklich schon sehr instabil und man verliert sehr, sehr viel Zeit. Aber hier kannst du richtig schön rüberorgeln. Du kannst sogar noch mehr rüberorgeln. Geht auch. Bevor das ein Cut wird, also hier geht noch mehr. Ich hab's nur heute einfach nicht auf Kette gekriegt. Also du kannst hier schon quer rüberfahren. Ist kein Problem. Gibt keinen Cut. Also ich hab mir mal einen ganzen Stint von Bastian Richter angeguckt damals, der Bastian Richter und der ist wirklich, also manchmal ist der hier rausgekommen und ich glaub, das Schlimmste, was ich gesehen hab, war hier und dann gab's erst einen Cut. Also stellt euch mal das vor, wenn ihr euch die Linie jetzt mal hier so anseht. Ja? Das ist schon saftig. Also man kann hier schon, das Curb kann man gut mitnehmen, Essen, Martin geht auch so, der kommt hier auch einigermaßen rüber mit Mittelmotoren, bisschen vorsichtig. Kann man aber auch, nur nicht ganz so extrem. Dann kommt mein liebster Teil, weil das hier ist einfach, das ist einfach nur doof. Das ist wirklich einfach nur doof, was man hier macht. Also wir fahren jetzt hier schön drauf zu, haben Gas gegeben, gehen kurz vom Gas runter und wir fahren einfach quer rüber. Ich mach das aber mit jedem Auto. Ich weiß nicht, ob das das schnellste ist, aber ich find's einfach geil. Mich erfüllt das mit Freude, die Kurve so zu fahren, weil es ist der schönste Cut auf dem ganzen Planeten, es ist der größte Cut auf dem ganzen Planeten und irgendwie kriegt man keine Strafe dafür, aber du fährst jetzt hier schön an der Seite links rauf und dann kannst du nämlich, wie ihr schon seht, kannst du auf dem Ding einfach schon wieder Gas geben und rausbeschleunigen. Schön ganz geschmeidig, zack und ruf auf den Pinsel und dann kannst du hier nämlich schön rausfahren. Muss man ein bisschen, ein bisschen, also so witzig, wie das auch klingt, ein bisschen muss man schon aufpassen, dass man nicht volles Brikett auf dem Pinsel ist, sondern so ein bisschen Dreiviertel Halbgas so in dem Dreh und dann kommt man da schon ganz gut rüber. Wenn ihr jetzt seht, die sind hier auf dem Halbgas, sodass wir ihn rüberkriegen. Ich hab das jetzt im BMW, hab ich das im ersten Gang gemacht. Mit anderen Autos ist es hilfreicher, das im zweiten Gang zu machen. Also mit dem Honda beispielsweise fahr ich da im zweiten Gang rüber, mit dem Mercedes fahr ich im zweiten Gang da drüber, mit dem Ferrari fahr ich im zweiten Gang da drüber und bei McLaren kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Also beim BMW ist es komischerweise, warum auch immer, mit dem ersten Gang ein bisschen schneller als mit dem zweiten. Da könnt ihr ja mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber das Geheimrezept an der ganzen Sache ist so, dreiviertel Gas und wenn ihr dann runter seid, also der letzte Reifen, also hinten links runtergefallen ist, einfach volles Briket rein und dann rausbeschleunigen. Ihr kommt ein bisschen weiter nach rechts, angenehm schalten, also früh schalten. Jetzt gucken wir nochmal kurz rein, weil eine Kleinigkeit muss ich euch noch mitgeben. Also schön, wie gesagt, hier rüber und dann könnt ihr, wenn der hintere linke Reifen, das merkt ihr ja im Lenkrad vom Force Feedback einfach nochmal Gas geben und hier als kleiner Tipp, das hier ist absolute Lava. Also hier vorne, Moment, wo ist er? Hier, das da ist Lava. Da, da willst du mit deinem Reifen nicht rein, der hebelt dir komplett alles aus und du machst einfach to the moon. Also schön vorsichtig, dass ihr hier vorne nicht zu viel mitnehmt und gerade auch beim Rausbeschleunigen, äh, auch als kleiner Tipp, ihr werdet relativ zeitnah merken, bei eurem Auto, wenn der erste Gang nicht richtig war und der zweite Gang eventuell besser ist, weil ihr fangt nämlich, wenn ihr jetzt so weit rauskommt und ihr fahrt hier so eine Bogenlampe, wird euch der Arsch kommen und das wollt ihr nicht. Wenn euch der Arsch kommt, fahrt ihr die Kurve falsch. Sie kann sich vorher noch so gut anfühlen, aber das hier hinten ist dann falsch, weil du musst jetzt, ihr müsst euch wieder vorstellen, wir kommen jetzt auf eine lange Gerade und das heißt, der Exit muss passen, damit du hinten raus genug Geschwindigkeit hast. Das heißt also, wenn ihr hier rausfahrt, wirklich super, super, super vorsichtig lenken. Also nicht den hier und gleich rumreißen den Apparat, sondern wirklich schön geschmeidig rumlenken, damit euch nicht dahinter kommt. Das macht ihr irgendwann, macht ihr das automatisch, aber am Anfang müsst ihr da halt ein bisschen drauf achten, dass euch nicht der Hintern kommt beim Rausbeschleunigen. Also schön geschmeidig meditativ einlenken und ab auf die Gerade. Und dann habt ihr eigentlich zu Super geschafft und es war gar nicht so schwer, oder? Easy peasy, Lemon squeezy. Leute, lasst mich wissen, was ihr für Zeiten fahren. Es gibt bestimmt Menschen unter euch, die fahren 1,59er. Mein persönlicher Rekord ist 1,592 mit dem Honda. Habe ich jetzt mit dem BMW leider nicht geschafft. Das war nur eine 2,001,25. Aber nächste Woche ist bei LFM wieder Suzuka. Vielleicht habe ich ja das Glück und schaffe dort eine schnellere Zeit. Ich hoffe, dass du was gelernt hast bei dem Guide. Der ist wieder ein bisschen länger geworden. Dankeschön, dass du zugeguckt hast. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß beim Suzuka-Lernen und würde mich verabschieden. Schreib doch noch mal was in die Kommentare, was du eventuell noch für Strecken sehen möchtest, was du generell gerne noch mal erklärt haben möchtest und was du heute zum Mittagessen hattest, weil das würde mich interessieren. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer du das geguckt hast. Lass dir gut gehen. Däumchen ist ein Träumchen. Ein Abo wäre Bombe. Die Glocke wäre mega steil. Aber dass du zugeguckt hast, war auch geil. Also, bis dann. Tschüss.